Alles klar Ich steck jetzt mal meinen Kopf in deinen Arsch Meine Munition ist voll Ich hab die ganze Zeit nur mit Pistole geschossen Dein Ernst? Kein Wunder das nicht Nein mit dem Shit ist mega praktisch Ohne Scheiß Hält so richtig viel aus Pistole ist jetzt auch nicht die schlechteste deswegen Ja super Ich freu mich schon wenn ich die Damascus wieder benutzen kann Ah und ich bin tot Weitere Feinde entdeckt Ich krieg nicht so Schaden ich krieg einfach nur Schildschaden Irgendwann kann ich näher ran an die gehen Was wenn der Shit gleich kurz davor zum Arsch drehen Dann ist Scheiße Hier zum Beispiel Der Gnabtyp ist gleich dort Wo ist denn der überhaupt? Der ist hier eigentlich halt im Visier Der ist hier Scheiße Jetzt scheint der eine Typ davor Da könnte ich mich töten Aua Der Gnabtyp ist tot Weitere Feinde entdeckt Und jetzt kommt Gelben Achtung die kommen von der Seite Mann Was für ein Scheiß Einfach nur dass die von der Seite kommen Neu Das ist der Shit weggeborfen Offen Verbündete Division Agent gedachten Ja Mh 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 Weißte Ah Ist immer noch seit Seit langem ging sehr kompliziert das zu drücken Wir sollten am besten Weil ich mal dran gewinnt bin mit E und nicht mit F Die Scheiße Wir sollten vielleicht Gucken dass wir uns dann zurückziehen wenn die Gelben kommen Soweit nach hinten Mal zu uns die wir von der Seite treffen können Da sind jede Menge von den Typen Aber wenn sie die Gnabtyp Will die am Anfang die ersten Liederinnen sofort weg haben Dass wir nur die Gelben haben Naja Aber hör auf mit einer Pistole zu schießen Äh nein Das ist wirklich praktisch Das macht nicht scheiß Der hat damit so viele schon geholt Ah Der Typ ist weg Ach dann kommt einer auf dich zu Ich hab doch eine V gedrückt Ah Ah, ne 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 So ein Scheiß ey Da klingt einer von dir Ich weiß auch noch nicht zu Ja Snappy geht an die Sache Das sind ja die Granatentypen Weil die Werfung genau Ja Weitere Feinde Jetzt schon? Da sind noch 3 Lieder nur Sehst du? Ach, da kommt ein Granat auf dich Komplett Granate Ein Liederner ist tot Ein Liederner ist tot Oh, Brandgranate Granatentypen ist tot Der Gelber oder Liederner? Der Gelber Was? Ein Gelber ist noch weiter tot Warnow, weitere Feinde entdeckt Noch weitere? Noch mehr? Ernsthaft? Ach stimmt, da kommt ein 2 Lieder Egal Egal Ja, guck, ich bin jetzt da reingerannt Egal, scheiße Scheiß, Granate Oh Noch ein Gelber weniger Und da da Oh Scheiß Was? Kommst du zu mir? Wo bist du mal klar? Oh, ich weiß nicht wo ich hinkrapple gerade Warum krabbelt mein Typ so komisch? Geh jetzt Oh, ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Ich hab's geschafft Lass mal nachladen Okay, das war anstrengend Naja, das wär echt anstrengend Lass mal alles wieder auffüllen Ja, mit den Typen Ich kann was bekommen Was hast du denn bekommen? Gott, ne Mod Ich hab's geschafft Ja, ich hab's geschafft Was bekommen Was bekommen Okay Passst du dann mit der AK? Egal Und da meine G6 Da hab ich C bekommen Oh Ist da eigentlich noch was, was man noch nehmen kann? Ah Ja Spiel jetzt erstmal Basketball Woa die kugel ging gerade wegs durch das heißt die hätten den garten ziemlich verwüstet es hätte meinen körper das herz gebrochen ihn so zu sehen wir haben uns hier oft spieler angesehen laufbahn zu kämpfen trainieren ich glaube es ist ganz gut dass meine kriegen und dann denke ich an die leute die trotz allem weitermachen für die tun wir das hier agent holen sie sie raus der foto ist ja auch immer emotional erin anscheinend ist ich das nicht die ganze zeit viel beregnimmt der durch kontaminierte bereiche wir sind viele kranke leute behandelt worden die daten sollten auf ein kontaminiertes gebiet ist altarm so ist es diese Kiste auch noch auf in der Nähe der Begründung aus dem Haus aus dem Haus das Haus aus dem Haus aus dem Haus auch die BG die überlegt gehst du mitgenommen? noch was? ne ne? da hinten noch? okay hier erstmal die Tür aufmachen locker die Deco okay weiter gut das habe ich überhaupt bekommen ein lsw leichtes maschinengewehr ich werde erst auslösen ich denke die ganze zeit über den kurs ich möchte nur kurz was aussieht die gegner können kurz warten zwei neue belobigen ok er bootet wir können angreifen Oh ja Alter, ist er auf? Pass auf Keine Art. Tschüss. Der Ende tut Blutes. Okay, den hat mir. Wie geht es denn da so? 1 auf 1, Spade Ich sehe ihn nicht Ok, ist tot Nice Da ist doch irgendwo eine Kiste Wir haben doch irgendwo eine Kiste vergessen da unten Warum müssen wir nicht irgendwo? Ne, wir haben irgendwo irgendwo eine Kiste vergessen Untraurig Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren Warnung, Freunde entdeckt Wieso sagt die uns das? Dass wir den Kopf unten halten und Ruhe bewahren sollen Weiß ich nicht Wer mehr bohr Wir sind doch die Spezialagenten für dich Nick, was ist hinter dir? Er ist tot Er auf dich zu Er ist tot Was denn? Ich habe einen Stagate weh gemacht Ich habe einen Stagate weh gemacht Ich versprach's dabei Hab's Oh, das war halt irgendwie leichter einfach Ich kann eben Alles klar, töten wir den Schützen Wir sitzen fest! Wir kommen hier niemals lebend raus! Denn keiner hoch ist und nicht während Waffen ausschaltet! Ihr Zug Agent Ja, einfach wissen wir wie die Drecksarbeit erledigen Weil der andere ist einfach nicht geil Sie kann's ja wirklich nicht Ja, wir können überhaupt nicht Wir sind Nuuuups Oder war das hier? Äh, nein, komm ich bin hier weiter Oh, ist nichts, hier ist was Was ist denn da? Items Für mich ist alles ein item, Niklas Für mich ist alles ein item, Niklas So, in info So, und was? Mülland Granate Irgendwann auch noch eine Kiste Und vielleicht sogar hier Ah, tatsächlich hier Ist noch eine Kiste Ah Eine schlechtere Rüstung Ja Nein, danke Hier die Handschuhe Auch da auch eine schlechte Rüstung Ich hab nur noch eine Mod bekommen Ich hab auch nur noch eine Mod bekommen, aber Sehr schön Ok, legen los Deine Neustadtzone Tschüsser Sorry Ist raus Wuhuuu Party in the house tonight Die Gold machen wir, glaube ich, lieber zum Schluss, wenn es zu nervig wird Ja Ah, keine Ahnung Ah, er schießt auf mich Ach, bin ich eh fast schon Die rennen weg Was bin ich bei denen falsch? Die rennen vor uns weg, Niklas Die haben Angst vor uns Oh, da kommt einer auch was zu Das ist ein Da kommt noch ein Schläger Da kommt noch ein Schläger Oh, da kommt noch an Ja, ja, ist weg Ich muss auf den Boss ein bisschen schießen, wieso? Das ist mein Deckung geht Der Boss hat deine Aufmerksamkeit Ja, da kommt noch einer Noch ein Schläger Da kommt noch einer Noch ein Schläger Ja Ich muss nachhören Okay, jetzt los Okay, was? Ja, das können noch mehr Feinde Ich muss nachhören Was bin ich los, der? Scheiße, der ist der Weg weg Ich muss nachhören Ich muss nachhören Ich muss nachhören Oh, das ist ein Deckung Bevor du fragst, ich hab grad Patzerbrecher und Milizierung aktiviert. Nee, ich fand ihn. Du bist dann sicher wieder. Ja, ich hab Angst. Weil dieser Typ nervt heute. Das ist nicht unter Dauerfeuer. Ich blende ihn mal ein bisschen. Er lässt dich nicht blenden. Lass mich das verarschen. Oh shit. Er zählt grad noch auf mich. Oh, keiner deckt auf mich zu. Ja, der Boss schießt grad auf mich. Ich kann nichts machen. Ich hab grad... Ich hab grad... Ich kann mich grad ein bisschen mit dir anhaben. Ich bin jetzt ordentlich tot. Ich schießt grad auf mich. Ich schießt grad auf mich. Ich schießt grad auf mich. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Candle und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte ihnen den Rücken frei halten können. Nur eine AK sind wichtig. Nein, wir sind kein gutes Team. Und sehen, was sie für uns tun kann. Das ist bis 285 Schaden. 251 Schaden. Wollen wir nicht besser? Die sind 5 Schaden. Werte Fähigkeiten machen. Die sind 5 Schaden. Besser, die AK. Aber ob sich das lohnen, die ausrüsten für 5 Damage? Sich die Mülls machen, um eine AK auszurüsten? Nee, nicht wirklich. Werte Fähigkeit erst mal. Okay. Ach. Dafür kriegt man das Schiff rund. Wunderbar. Ich glaube... Warte, weiß nicht. Ich habe irgendwo eine Kiste. Ich glaube hier unten, oder? Ja. Äh. Nicht? Elf Haarstuhl. Vielleicht irgendwo? Nee, die Sonne bis weiter. Ja, weiß gar da. Nee. Sieht nicht so, als würde es hier noch was geben. Ich gehe für Monizierungsbester. Was für Guide-Seltzer. Ich gehe hier oben. Ich kann hier jetzt nur einen Turm. Ah, ich kann ja neue Fähigkeiten ausrüsten hier. Ja, habe ich schon gemacht. Ja, habe ich schon gemacht. Blablabla. Steuerung und runter hier. Das ist einfach nicht geil, der Dings. Mit dem Fahrstuhl. Ja, eigentlich schon. Ich nehme das andere Seil, Mann. Das ist mein Seil. Ja, habe ich da. Ich mache mal die Tür auf. Ich mache da die Tür auf. Oh, ich habe da. Mit geht's. Das ist dein Seil? Ja. Da war es jemand benötigt. Oh. Ja, Wohl. Licht. Endlich wird's geschafft. Ein. Hier. Wenn du jetzt hier und nicht denkst, Vielen Dank.